Die Umschaltung in der Regel klappt es schon ganz gut, aber die Gegentore, ein Problem. An dem es zu arbeiten gilt, was ja zumindest letztes Jahr in Marbella sehr gut funktioniert hat, hat man sich auch hier auf die Rückrunde bzw. ausstehenden Spiele vorbereitet. Den einen Hinrundenspiel haben wir ja Samstag, nicht kommenden Samstag, da geht es gegen AZ Alkmaar, sondern danach die Woche in Darmstadt noch zum Abschluss der Hinrunde und dann startet die Rückrunde beim 1. FC Köln. Und klar, es gilt jetzt seit einer halben Stunde einen neuen Trainer. Richtig, Timo Schulz wird neuer Trainer beim FC. Also hier nicht nur alle Informationen rund um Borussia Dortmund, sondern auch um den 1. FC Köln. Wir haben zwei Spieler, die sind nicht mit dabei, von uns Sebastian Haller und Rami Benzebaini. Die sind beim Afrika Cup. Sebastian Haller für die Elfenbeinküste, Rami für Algerien. Dafür sind aber acht, teilweise junge Spieler mit dabei. Samuel Bamba ist 19, Mittelfeldspieler, kann aber auch rechts außen spielen. Ole Pohlmann, 22, offensives Mittelfeld von der U23. Gil Bueno, 21, Linksverteidiger. Hendry Blanc, 19, Innenverteidiger. Antonios Papatopoulos, der ist schon 24, deshalb habe ich teilweise ganz jung, Innenverteidiger. Aber der ist ja in den letzten Spielen oft mit dabei gewesen. U17-Weltmeister Paris Brunner für den Sturm ist mit dabei. Cole Campbell, 17 Jahre Sturm. Und Kjell Arjeek, Wettchen, auch zentrales Mittelfeld, die allesamt von der U19 kommen. Es sind zwar 17, Spielen der U19 sind hochgezogen. Richtig gute Jungs. Und da werden wir natürlich diese Woche auch ein bisschen Augenmerk drauflegen. Was macht der Nachwuchs? Wie kann er sich hier behaupten? Ich glaube, das ist auch für unsere Zuschauer wichtig, dass man, dass Paris Brunner ein ausgezeichneter Fußballer ist. Das brauchen wir, glaube ich, niemandem zu erzählen. Aber ob Paris Brunner problemlos direkt mit den Profis mithalten kann, das ist eine Geschichte, die sicherlich jeden interessiert. Absolut. Ich weiß auch, Cole Campbell gerade am Ball bringt die Flanke. Aber Marcel Lotka, nee, Alex Mayer, auf die Entfernung schwer zu sehen hier. Ja, jetzt merkst du, dass es manchmal im Stadion nicht so einfach ist, Auswechslungen zu machen. Das glaube ich, ja. Das geht, glaube ich, auf jeden Fall, um Flanken und dann Abschlusssituationen zu kreieren. Jetzt kam ja der lange Ball. Matteo Morey, gut aufgepasst. Das geht, glaube ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das geht, glaube ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Herr Paris Brunner hat es mit Antonius Papastopoulos zu tun. Da merkt er erst mal, wie hart oben gespielt wird, also bei den Profis. Ich habe Gott gesagt, dass Paris Brunners jetzt mit Papa zu tun hat und natürlich im Zweikampf merkt, dass es da richtig zur Sache geht. Ein bisschen anders im Männerfußball als noch bei den Junioren. Naja, das heißt es ja oft, dass es gerade körperlich da eine Umstellung ist. Ja. Aber dann ist es nicht schlecht, wenn du direkt gegen Papa spielst. Da weißt du schon mal, wie das Schlimmste aussieht. Na ja, er spielt immer mit hundertprozentigem Einsatz. Das mag ich so an ihm. Das mag ich so an ihm. Mal wieder viele Anweisungen, wahrscheinlich für den dann zweiten Durchlauf. Sicherlich nicht schlecht, dass du die Spielidee von Nuri da auch mit einfließt, weil er hat beachtliche Erfolge mit Antaliasburg gehabt. Er hat die Mannschaft, die neuerweise auf dem Aufstiegsplatz war, kontinuierlich verbessert und nach oben gebracht. Und über den türkischen Fußball kann man sagen, was man will, aber schlecht ist er definitiv nicht. Und das musst du erst mal machen. Und deshalb glaube ich, dass vielleicht jetzt andere Ideen mal ganz gut tun. Niko Schlotterbeck kriegt das kleine Sonderlob. Für den Ball, den er da rausschlägt. Hat er aber ja gut gemacht. Also kämen wir ihn. Mann ja auch mitten im Geschehen, nimmt sich die Abwehrspieler vor. Ja, gut, wenn sie anerkannt. Ja, richtig. Und auch Edin ist da gerade nochmal. Einen Jahresrückblick hatten wir doch jetzt wieder diese, die Fußspitze, ne? Ja, in München. Das war so geil. DFB-Pokal-Halbfinale. Das war noch vor der Süle-Grätsche, ne? Ja. Ja, ja, ja. Wenn ich das richtig verfolgt habe, auch noch kein Tor gefallen, ne? Ne, aber die Flanken kommen gut. Jetzt mal flach. Oh! Mal Gio Reyna da mit dem Abschluss. Aber Marcel Lotka kann parieren. Jetzt bin ich mir sicher. Lotka hat nämlich, da haben wir ihn die gelbe Regenjacke an und Alex Meyer daneben im normalen Trainingsshirt. So kann ich sie jetzt von hier aus auseinanderhalten. Das war Bueno. Wer da abgezogen war, war wieder Gio Reyna. War wieder Gio Reyna pariert von Lotka und dann der Ball ins Haus von Thomas Meunier. Ich habe mehr Einsatzzeiten, weil ich bin Gio-Fan, kann ich ja ruhig sagen. Ich weiß gar nicht, was da los war im letzten Jahr. Ja, also ist ja ein toller Fußballer, der hat der liebe Gott mal gesagt, dem gibst du alles mit. Jetzt hoffe ich, dass er es in der zweiten Hälfte abruft. Vor allem wollen wir mal die Daumen drücken, dass er verletzungsfrei bleibt. Das ist, glaube ich, dann der Anfang und dann in den Spielrhythmus kommen. Und dass er talentiert ist, das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Das hat er ja auch oft genug bewiesen. Und wieder anhalten, sprechen, überlegen, wie macht man es am besten. Ja, so ist es natürlich auch perfekt. Und was jetzt, glaube ich, auch eben schon im Durchlauf die Änderung ist, dass es erst mal das Aufbauspiel ist, in der ersten Phase für die Roten Leibchen. Und dann wird umgeschaltet auf die Angriffsaktion. Da ist noch Niklas Hüle, Nico Schlotterbeck umgerannt. Da war Alex Meyer schon unterwegs, um den Ball zu parieren. Von Julian Brandt wurde aber im letzten Moment noch geblockt. Matthias Meyer passt gut auf. Er ist nicht so schnell, weil er weitermacht波ht. Ich gehe jetzt wieder und ich suche Justice Morin hood, ich gehe jetzt noch zu dir etwas niesen, dachte ich sie nicht wenn ich nicht gl alt Mucki kommt da auch aus einer Verletzung. Wahrscheinlich wird er auch individuell herangeführt. Gestern haben wir Jungs. Hatren jetzt ging direkt richtig zur Sache. Und es sind ja auch alle verletzten und angeschlagenen Spieler mitgereist, um hier individuell zu arbeiten, aber halt auch bei der Mannschaft dabei zu sein. Das ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Ihr hört gerade Danny Fritz? Entschuldigung. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass man ihn nicht hört, hier auf den Kieselsteinen direkt neben dem Platz. Die sind sehr geräuschintensiv, wenn man da hergeht. Otto Addo, der auch als Passgeber noch mitspielt, mit agiert, aber auch nur den einfachen Ball raus, auf dem Flügel spielt. Der einzige Spieler von Borussia Dortmund, der mit einem Kreuzbandrissertor erzielt hat. Gegen? Weißt du das noch? Heißvoll. Nee, das war im UEFA-Pokal gegen Austria Wien. Ach nee, das hat überhaupt keinen Plan. Schau mal richtig genau. Nicht nur als Flankengeber agieren, sondern dann auch mal Eigeninitiative ergreifen. Einfach mal draufschießen. Gut gemacht. Ja, der graue Himmel heute über Mabea. Da war gestern deutlich besseres Wetter. Blauen Himmel sehen. Ich geb dir mal die nächste. Machst du jetzt den Meteorologen? Den Meteorologen, ja genau. Vielleicht gibt's ja auch heute Nachmittag. Also heute stehen zwei Einheiten auf dem Plan. Eine öffentliche, die ist jetzt. Ihr seht ja hinten auch die Zuschauer. Kommt's nicht, ne? Bis heute. Kommt vielleicht noch. Freitagmorgen gibt's nur Sonne. Und heute Nachmittag um 16.30 Uhr dann eine... Auch wieder live? Nein, nein, nein. Dann eine nicht öffentliche Einheit, wo dann vor allem es wohl um taktische Dinge gehen soll. Da bleiben dann die Türen mal geschlossen. Ansonsten versuchen wir euch natürlich immer live mitzunehmen. Was ist der nächste Livestight? Morgen. Morgen wahrscheinlich, genau. Wieder 10.30 Uhr Trainingsbeginn. Wahrscheinlich gehen wir dann wieder so um 11 Uhr live. Wer beide? Ne, ich weiß gar nicht. Ich glaube, morgen kriegst du, wenn mich nicht alles täuscht, Timo an deiner Seite. Aha. Habe ich gerade in der Regie mitbekommen. Aber wir sollen weitermachen, weil wir können es im Zweifel re-live hochladen, weil die Kameras aufzeichnen. Also wir machen einfach weiter und entschuldigen uns an der Stelle natürlich, wenn das live gerade nicht zu 100% funktioniert. Aber dann haben wir immerhin die Möglichkeit, es im Re-live zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist alles gar nicht so einfach hier aus Spanien ins Internet zu übertragen. Ich meine, da musst du schon kreativ sein. Lukas und Axel machen das seit vielen Jahren, aber ich glaube, so ganz einfach ist das auch nicht. Am Ende hast du immer die Tücken der Technik. Ja, wobei wir inzwischen wirklich sehr, sehr gut ausgestattet sind. So, gucken wir mal, wie es nach der Trinkpause weitergeht, ob dann eine neue Übung dabei ist oder ob es nochmal so weitergeht, wie wir es eben gesehen haben. Kunstwerk. Da sehen wir nochmal den Trainingsplatz, wo auch die beiden Testspiele stattfinden werden. Samstag gegen AZ Alkmaar, 15.30. Da haben wir dann wieder das Vergnügen, Nobby. Ist das jetzt viermal eine halbe Stunde? Genau, viermal 30 Minuten, ja. Wird da getestet. Und dann am Dienstag, auch dem Abreisetag, also dem 9. ab 11 Uhr gegen Standard Lüttich. Spielen, Duschen, Essen, Horn. Genau. Und dann alle Augen auf den Samstag auf das Spiel 18.30 beim SV Darmstadt. Da ist schon mächtig Druck auf dem Kessel, wenn du nach Darmstadt fährst, so ehrlich ich will. Kann sein, ne? Da ist dann, da wird es das erste Mal wieder ernst, ja. Ah, jetzt gibt es wieder schöne Drohnenbilder. Schade. Alien ist jetzt am erklären, was jetzt als nächstes gemacht wird. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Und wenn ich es richtig mitbekomme, sind wir jetzt auch live wieder einigermaßen stabil on air. Deswegen nochmal die Entschuldigung für die Probleme. Wir werden im Nachgang versuchen, die gesamte Einheit hochzuladen. Also auch das, was ihr aufgrund der Verbindungsprobleme leider verpasst habt. Und jetzt freuen wir uns, dass wir hier live dabei sein können. Gibt es interessante Fragen? Bisher noch nicht so viele, aber damit hast du ja jetzt quasi nochmal den Chat animiert, Nobby. Nobby nochmal Fragen zu stellen, weil gerade war ja eher das Problem der Verbindung. Das aber so, wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Ich sehe hier die erste, wie sieht es bei Durandville aus? Judith, der ist individuell im Zelt mit den anderen angeschlagenen Spielern, mit Felix Metzscher, mit Julian Riasson, mit Karim Adeyemi. Der ist also mit vor Ort und arbeitet individuell an der Reha. Und der Peter fragt, wann ist das Testspiel am Samstag? Ja, bitte, Tobi. 15.30 Uhr. So, Samstag 15.30 Uhr, so kennen wir es doch. Und es geht, das haben wir uns gerade gefragt, nochmal weiter mit der Übung, vielleicht mit der einen oder anderen Anpassung. Aber an sich Trinkpause und dann nochmal neu versuchen. Ich glaube, Tobi, dass wir einfach versuchen werden, schneller zum Abschluss zu kommen oder generell zum Abschluss zu kommen. Wir haben das ja jetzt in der Hinrunde vielfach gesehen. Wir haben viel Ballbesitz, wir haben auch viel um den 16er gespielt, aber wir sind nicht vernünftig zum Abschluss gekommen. Und das müssen wir manchmal vielleicht auch erzwingen. Und ich glaube, dass da jetzt einfach Augenmerk drauf gelegt wird, dass wir halt schnell die Wechsel machen von links nach rechts und nicht mit Mondbällen. Und dann versuchen einfach mit Flanken scharf vor das Tor. Weil wenn du einen Stürmer wie Niklas Füllkrug hast, musst du den in irgendeiner Art und Weise auch mit Bällen füttern. Das hast du ja jeden Stürmer. Also ob da, glaube ich, Niklas Füllkrug, ob da Mucki oder ob da Sebastian Allaire vorne drin sind. Die brauchen ja alle Bälle, um sie dann zu verwerten, oder? Also ich meine, ich kann da nicht wirklich drüber urteilen, aber du kennst es ja noch. Die Abwehr steht aber gut, ne? Ja. Und Papa auch wieder mit vollem Körpereinsatz da beim Flugkopfball. Und was auch auffällig ist, ist es ziemlich verhältnismäßig laut, würde ich sagen, oder? Also wird viel kommuniziert. So soll er sein. Oh, schöner Schuss. Von Marcel Sabitzer noch abgefälscht, von Mats Hummels. Anscheinend sind noch nicht alle technischen Probleme behoben, aber wie hören wir immer im Fernsehen bei einer Laufsendung, wir arbeiten dran. Und Donny Mahlen. Ich glaube, wir warten auch immer noch aufs erste Tor, ne? Das ist bei all dem, was wir eben besprochen haben, dass wir konsequenter zum Abschluss stehen kommen wollen. Wir sind jetzt gleich zwei Minuten vor. In zwei Minuten haben wir eine Stunde Training. Wir haben jetzt nicht alles übertragen, aber wir haben noch kein Tor gesehen. Weil das ja jetzt auch die erste Übung ist in dieser Stunde, das muss man fairerweise ja dazu sagen, wo es überhaupt einen Torabschluss gibt. Und das auch nur für einen Teil der Mannschaft, weil die Jungs in den roten Leibchen versuchen ja genau das zu verhindern. Im Zusammenspiel mit den Torhütern. Wie heißt es, mit der offensive Gewinn zu spielen und mit der defensive Meisterschaften? Richtig, kommt glaube ich vor allem aus dem amerikanischen Sport, wenn mich nicht alles täuscht. Fällt mir nur gerade so ein, als du sagst, wir schießen keine Tore. Ja, offense wins games, defense wins championships. Jetzt wieder der Ball auf den Außen. Diesmal kein Problem für Mats Hummels. zu klären. Na, von links, die Flanken gefallen mir nicht. Die kommen nicht so, von der rechten Seite kommen schon mal gut rein. Das ist ja Ole Polmann, wer ist das andere? Rechts ist, glaube ich, hinten Semibamba, genau. Und links müsste es Gil Bueno gerade sein, dass ich das von hier aus richtig sehe. Jetzt kommt der Ball da raus auf Bamba. Und da ist Bueno auf der anderen Seite. Immer noch kein Tor. Jetzt kommt der Ball da raus. Jetzt kommt der Ball. Die kann ja noch nicht weiter. Ich bin bereit. Die sind ja nicht so, die sind ja immer wieder in Standort. Das ist ja nicht so, die sind ja immer wieder in Standort. Aber ich glaube, es ist ja, dass Sie da rauskennen. Und nach ein paar Anweisungen geht es nochmal in eine neue Runde. Guck mal, ich glaube auch so langsam lichtet sich die Wolkendecke. Ja, eben hat es immer noch so ein bisschen gefisselt. Ja, das kennen wir ja aus dem Ruhrgebiet gut genug. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch trotzdem Wetter, bei dem man es absolut aushalten kann auf dem Trainingsplatz, oder? Also was sind das so? 15 Grad würde ich schätzen gerade. Würde ich auch sagen. Wenn du da ein bisschen in Bewegung bist, kommst du trotzdem gut ins Schwitzen. Ah, jetzt Donny Mahl, immer noch kein Tor. Alex Meyer war aber auch schnell da, konnte parieren. Füllkrug findet da Reus, der lässt noch einen aussteigen, aber nicht mit Nico Schlotterbeck, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, cool. Kurz Julian Brandt gesehen, habe ich gestern, habe ich euch natürlich auch zugeguckt, Stefan und ihr, im Stream gesehen, dass da häufig gefordert wurde. Zeigt mal Julian Brandt. Da war er gerade. Groß im Bild. Eingefangen und jetzt trainiert er hier ganz normal mit. Ist wahrscheinlich gleich wieder in Action. Ah, da ist es. Und wir waren mit der Drohne drauf und wahrscheinlich konnte es vor dem Bildschirm kaum einer sehen. Aber es ist ein Tor gefallen. Oh, die Idee war nicht schlecht. Direkt. Das war ein richtig guter Pass. Durch die Gasse. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Fehlte nur der Abnehmer in der Mitte. Paris Brunner verlagert noch mal bei No Gittens. Ein Übersteiger. Ah, und dann rutscht er ein bisschen weg. Den kannst du nicht aufhalten. Das ist sensationell. Der Rasen konnte ihn jetzt in dem Fall aufhalten. Mit welcher Geschwindigkeit? Da ist der Drohnenmeister im Bild. Genau, da habt ihr kurz den Mann gesehen, der diese hervorragenden Drohnenbilder für euch einfängt. Wenn es uns hier noch mal kurze Unterbrechungen gibt. Da haben wir Jamie noch mal. Oh, schöne scharfe Flanke von Wethjen. Etwas zu hoch. Da ist glaube ich nur bei dem einen oder anderen über den H-Ansatz gestrichen der Ball. Aber da hat er keine Möglichkeit wirklich zu köpfen. Oh. Marco Reus versucht es mal direkt. Und der ist glaube ich auf dem Parkplatz. Ja, definitiv. Der zweite Versuch hat er dann flach angesetzt. Der hätte glaube ich gepasst, wenn da keiner dazwischen gegangen wäre. Da muss ich jetzt umschießen gerade. Haha. Oh. 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Der hat aber auch alle Varianten gespielt, von erster Furster, zweiter Fursten, Schaf, erster, Schaf, zweiter, ist schon gut Und Mats Hummels mit seiner Qualität im Luftzweikampf, defensiv wie ja auch offensiv und direkt normal und irgendein interesse Mal Mit der Hand ist Trupp, die die sich nicht mehr als ich dann eben nicht mehr vorbeigehen mit dem Tisch erебinden muss, die sich nicht mehr vorhandenמ� memoryben und nicht mehr vorhanden, die sich nicht mehr vorhanden, wie auch immer wieder vorhanden Entonces, dass man das nicht mehr vorhanden kann, es geht mit dem Tisch, die sich nicht mehr vorhanden, Klar, du gehst natürlich mit einem Plan in so ein Trainingslager, am Ende sollen Abläufe einfach passen, die vorher nicht gepasst haben. Die sollen auf dem Platz im besten Fall quasi blind funktionieren, dass jeder weiß. Ja, die Problematik ist natürlich bei der Anzahl der Spieler hast du die ganze Woche über wenig Zeit so etwas zu üben und wenn du jetzt noch länger in der Champions League bist, wird es auch nicht weniger mit den englischen Wochen. Ja, umso wichtiger dann hier die Zeit zu nutzen und das erklärt dann auch, warum auch gestern schon so intensiv trainiert wurde. Und auch hier steckt ja zumindestens Intensität drin. Absolut. Da sehen wir es, das wäre glaube ich zurückgepfiffen worden in jedem Pflichtspiel, wie Niklas Füllkrug sich da am Leibchen und Trikot von Marius Wolf zu schaffen gemacht hat. Aber wenn ich Ihnen anschaue, wie Niklas Füllkrug bearbeitet wird, während eines Spiels muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Stürmer muss ich inzwischen auch wehren. Also was da manchmal auch erlaubt ist von den Abwehrspielern, das finde ich auch nicht richtig. Und beim Stürmer wird es immer direkt abgefiffen. Weil es wahrscheinlich auch für den Schiedsrichter ein bisschen einfacher ist, wenn er quasi gegen den Stürmer pfeift, weil wenn er für den Stürmer pfeift, dann ist es meist sehr gefährliche Freistoßposition oder Elfmeter. Das war das Schединende setzt auf die Flucht. Aber er ist ja nicht nicht Paper. Oh, es kommt nochmal ein neuer Satz Leibchen, vielleicht ein Hinweis auf noch eine neue Übung gleich. Von ein bisschen Training kann man hier wirklich nicht sprechen. Der kennt doch im Training keine Freunde oder Teamkollegen, wenn der nicht ein Leibchen anhat, dann ist er ein Gegner. Richtig, fertig. Und dann gilt es den mit allen Mitteln zu bearbeiten. So kann man sich übrigens auch Respekt verschaffen. Das klang auf jeden Fall nach einem Unterbrechungspfiff. Kurz was trinken. Genau. Stunde zehn jetzt trainiert. Ist die Anweisung von außen? Die Jungs waren um halb relativ pünktlich draußen. Wie gesagt, dann erstmal ein Warm-up, eine Passübung. Da sind wir dann eingestiegen und jetzt diese Übung. ist die Anweisung von außen. Es scheint wieder gerade zu laufen. Sagt für alle Verbindungsprobleme zwischendurch, bitten wir um Entschuldigung. Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran und wir versuchen dann das Re-Life hochzuladen im Anschluss. Denn wir haben ja die ganze Zeit hier die Stellung gehalten und kommentiert, Nobby. Richtig. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Falls die Stimme der eine oder andere gehört hat. Hans-Joachim Watzke hat sich gerade Sorgen gemacht, ob wir hier noch genug erkennen können, wenn es da hinten auf das uns gegenüberliegende Tor geht. Aber dank der technischen Ausstattung haben wir ja hier diverse Möglichkeiten darauf zu achten. Und es geht jetzt hier auf die rechte Seite. Ich glaube, da haben wir jetzt dann auch weniger Probleme drauf zu achten. Und wenn ich das richtig sehe, Nobby zwei Tore. Also auch noch mehr Abschlüsse. Das ist gut. Da brauchen wir keinen Monitor. Können wir eins zu eins. Und da wir wieder live sind, kommen auch wieder Fragen rein. Die eine oder andere haben wir schon beantwortet. Aber können wir an der Stelle nochmal. Wie viel Grad hat es heute Morgen bei euch? Ich würde sagen, heute Morgen waren es 15 Grad. Genau. Am Anfangs noch leichter Regen. Jetzt ist es, wie ihr vielleicht sehen könnt, bedeckt, aber trocken. Und beste Bedingungen. Beste Bedingungen vielleicht nicht. Das wäre vielleicht Sonnenschein. Der Bro sagt, die Sonne sollte scheinen. Ja, Ovi aber auch gleich mal an. Nächste Frage ist Julian Riasson mit auf dem Platz. Nee, der trainiert noch individuell. Ist aber gut gelaunt dabei. Jedenfalls war er heute Morgen beim Essen gut. Hast du ihn schon getroffen? Guck mal, da kann Nobby wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Und wir sehen wieder die Ansprache von Edin. Aber da hinten wird auch noch aufgebaut. Er erklärt, was jetzt passiert. Ja, sind wir mal gespannt, was wir hier noch sehen. Niklas fragt, wie lange geht das Training? Also wir sind jetzt ungefähr eine Stunde 15 schon unterwegs. Scheinbar gibt es noch mindestens eine Übung. Eine Viertelstunde wird es noch geben. Genau, also anderthalb, vielleicht auch ein bisschen länger. Mittagessen? 13 Uhr? Ich glaube 13,30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe den Plan aber auch nicht fotografiert heute Morgen. Ich auch. Ah, guck. Das ist, wenn man mit Profis zusammenarbeitet. 13,30 Uhr. Und jetzt trennt sich die Gruppe auch. Jetzt trennt sich nicht die Spreu vom Weizen, sondern die Gruppe. Die Trainingsgruppen. Genau. Und ich glaube, was haben wir hier? Fünf, wenn ich das richtig sehe, gegen fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf gegen fünf hier auf dem kleinen Feld. Und die anderen, seht ihr, gehen da rüber. So, auf geht's. Jetzt gibt's wieder Tore. Sind allerdings gerade noch auf der anderen Seite bildlich. Aber jetzt da Alex Meyer im Fokus. Der ist hier vor unseren Augen, wo Nobby Tore verspricht. Schauen wir mal. Da seht ihr's. Auch in der totalen. Für die, die es vielleicht nicht perfekt erkennen können, in Rot. Matteo Morey, Mats Hummels, Marcel Sabitzer, Ole Pohlmann und Jamie Bainow-Gittens. Gegen Gelb Niklas Süle gerade am Ball. Marco Reus, Henry Blank, Julian Brandt und Emre Can. Und im Tor bei Rot Alex Meyer und bei Gelb Marcel Lothar. Für mich Favorit in dem Spiel Team Gelb. Okay, dann gucken wir mal, ob Nobby da recht behält. Noch steht's 0-0. Oder? Ja. Ja, ja. Und Anweisungen, gerade genau das, was du bei der Übung davor gesagt hast, Abschlüsse suchen. Ah, hier ist schon aus, wo das rote Hütchen steht. Genau, genau. Die Begrenzung hier in der Drohne gerade super eingefangen. Seht ihr, dass da mit so kleinen Hütchen eine Außenlinie markiert wurde, um das Spielfeld klein zu halten. Mats mit dem Steckpass auf Jamie Bainow-Gittens ins lange Eck. 1-0 für die Außenseiter. 1-0 für die Außenseiter. Die du zur Außenseiter gemacht hast, der Vollständigkeit halber. Und da ist das 2-0. Matteo Morey macht den rein, und zwar richtig schön. Im Chat kommt gerade die Frage auf, wo ist Gregor Kobel. Der ist jetzt gerade hier nicht beim Training, aber Nobby, also auf diesem Platz 3-0 für Rot währenddessen, Jamie Bainow-Gittens, aber wir hören ihn. Jetzt wisst ihr auch, warum ich bei Alle gegen Nobby Vorletzer bin. Der arbeitet, also nochmal der Vollständigkeit halber, Gregor Kobel arbeitet auf dem Nebenplatz mit Torwarttrainer Matze Kleinsteiber und Jan Reckert individuell gerade und ist jetzt hier ins Training, das wir sehen, nicht integriert, trainiert, aber trotzdem ganz normal. Und mal Zummels, 4-0. Ich meine das andere Team. Naja, aus der Rundennummer lasse ich dich jetzt in der Partie nicht mehr rauskommen, Nobby. Guck mal, Julian Brand setzt sich wunderbar durch, aber verzieht dann. Und ich glaube, das war Abpfiff in diesem Kurzspiel, da lag Nobby dann leicht daneben mit seiner Einschätzung. Naja, knapp war es schon. Ich wollte mich einfach festlegen. Ja, muss man ja auch mal. Und nur dann kann man gewinnen oder halt auch verlieren. So, während auf der Kleinfeld-Partie, nenne ich sie mal, gerade Pause ist, ist die andere Trainingsgruppe noch dabei. Jetzt, auch da der Pfiff jetzt wird getauscht. So, Nobby, jetzt soll ich mich dann vorher mal festlegen in der zweiten Partie jetzt. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wer da rüberkommt. Also in Rot, Wolf. Bamba, Reiner, Schlotterbeck. Genau. Gegen die jungen Wilden, nenne ich sie mal. Meunier. Bueno, Kempel. Ah nee, Kempel. Kempel und Brunner gehen wieder rüber. Das Füllkrug. Füllkrug. Jetzt, ich gehe auch auf Team Leibchen. Team Leibchen? Ja. Damit kannst du nichts reißen. Vielleicht aber doch. Wobei ohne Leibchen natürlich sehr gute Angreifer hat, ne? Mit Donnie Mahl, mit Niklas Füllkrug. Und Papa. Und Papa. Stimmt, der räumt hinten alles weg. Schauen wir mal. Und, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und wir jetzt gerade noch in zwei Kontakte. Hier, Maximum. Oder nur für außen. Auf jeden Fall Semibomber mit dem ersten Abschluss. Oh ey, was war das denn? Hast du Papa gesehen? Oh. Ah, der geht ins Haus. Ah, der geht ins Haus. Der Ball auf Nico Schlotterbeck, aber konnte er nicht verarbeiten. Füllkrug. Führt eigentlich Team Leibchen schon? Noch steht's 0 zu 0? Nein. Ach. Und Nico Schlotterbeck trifft den Ball leider nicht perfekt. Sonst hätt's da, glaub ich, 1 zu 0 gestanden. Nein. Haha. Da hatte Donnie gehofft, dass in der Mitte noch einer steht für den Tap-In. Ah, Thomas Müller kriegt den hier rein. Und vielleicht hat's vorher der eine oder andere gehört, weil die Frage kam auch auf, ist Sebastian Kehl hier? Ja, er ist hier. Ja, klar. Hat sich das Training auch an. Oh, jetzt eine gute Chance für Rot. Ja, Salih Özcan. Auch wenn Papa wieder alles gegeben hat, um noch dazwischen zu grätschen. Salih haut den Ball oben in den Knick. Wer ist im Tor von Team ohne Leibchen, fragt Walter, das ist Marcel Lotka, der hauptsächlich bei der U23 zum Einsatz kommt, aber hier mit ins Trainingslager gereist ist. Drei Torhüter sind dabei. Alex Mayer, Gregor Kobel und Marcel Lotka. Auch schön, als Semmi gerade am Ball kam, kam von Muki, der hier außen sitzt, komm, Bamba, da kam noch mal Anfeuerung. Zeig's dem mal. Ja, da wollte Thomas Mayer hin, Elva Schinden. Er hatte auch ein Lächeln im Gesicht, da wusste er, glaube ich, da war nicht so wirklich Ich fiel los. Jetzt hat sich Papa verletzt. Da haben wir Mucki mal eingefangen mit unserem Fotografen Alex. Der dafür sorgt, dass es hier immer Top-Bilder auch gibt. Und jetzt wird wieder gewechselt. Oh, Papa hat servischt. Sollen wir hier in der Drohne noch mal das gesamte Areal einfangen. Fantastische Bilder bekommen. Jetzt sieht man schön das ganze Areal. Genau, da kann man auch sehen, dass auch auf dem Nebenplatz trainiert wird. Zumindest im Torwartbereich. Das kannst du einen alten Griechen nicht umwerfen. Nee, der steht wieder. Geht jetzt wahrscheinlich wieder rüber da zu der Gruppe, die ihr jetzt im Bild seht. Das nächste Mal kriegst du einen. So, und jetzt wieder ein anderes Team. Und ein Wechsel ist bei Team Gelb dabei. Da sehe ich nämlich Kiel Wäthchen jetzt. Der jetzt auch am Ball ist da und trifft. Und Team ohne Leibchen damit in Führung bringt. Oh, der Polmann hat fast Philipp Lauchs getroffen oder abgeschossen, der da neben dem Tor steht. Ja, der hat ein psychisches Problem gehabt. Und Bälle zuwirft. Der war nicht gut. Hab schon bessere gehabt. Ja, falls das der eine oder andere nicht weiß, dass Philipp Lauchs mittlerweile Sportpsychologe war früher auch mal Torhüter beim BVB. Niki Süle, Aufbauspiel über den Torhüter, wie von Edin angemerkt. Als Torhüter musst du auch mit dem Ball umgehen können. Das war jetzt in unserem Zeitalter nicht so. Oh, das war aber einfach mal dumpf abgezogen. Mats Hummels. Ja. 1-1. Klasse Schuss. Emre Can, paar Übersteiger, aber nicht mit Matteo Morey. Abgelaufen. Und der nächste Angriff startet schon wieder bei No Gittens. Brandt gewinnt da den Ball. Das war gutes Teamwork von Brandt und Ako Reus. Zeit, Jule, war ein bisschen… Zeit ist dann relativ, glaube ich, auf dem kleinen Feld mit 5 gegen 5. War wohl ein bisschen abseits. Ah, das war ein Fehler von Mats und da hat Emre Can zugeschlagen. Na guck mal, Mats versucht es vorne wieder wegzumachen, trifft aber nur das Außennetz. 2-1 für Team ohne Leibchen, wenn ich es richtig mitbezählt habe. Und es wird, glaube ich, nochmal verwechselt. Ich denke, das wird der letzte Wechsel sein. Das kann gut sein. Ja, dann wären es ziemlich genau anderthalb Stunden. Na guck mal, passend zu der Frage im Chat, ob Paris Brunner dabei ist, der hat sich gerade das rote Leibchen angeht. Und es ist jetzt nicht bei der Übung dabei, die ihr da seht, wo das zweite Team ist, sondern da wunderbar eingefangen. Gerade jetzt im Team mit Nico Schlotterbeck, Gio Reyna, Salih Özcan, Marius Wolf. Tor! Abgefällt schon Papa, fällt der Ball da hinten rein. Puh, der war nicht ganz ungefährlich, der Ball. Cole Kempe wird von Nico Schlotterbeck auch mal fünf Meter nach vorne geschoben im Zweikampf. Aber auf der anderen Seite setzt er sich da gegen zwei durch, beziehungsweise bleibt zumindest im Ballbesitz. Ja, merkt, dann wird es laut. 1-1. Ja, richtig gutes Spiel. Na, Paris, das geht. Das war Donny, ne? Ich glaube, es war sogar Cole Kempe, wenn ich das richtig gesehen habe. An die Latte. Und da, Paris Brunner trifft zum 2-1 für Team Rot. Sehr guter Pass. Abseits kam da von Otto Otto, der anscheinend Linienrichter ist. Und der Treffer zählt auch nicht, da geht die Hand hoch, Gio Reyna im Abseits. Oh, hier wollen beide gewinnen, das ist gut. So muss das sein, so muss das sein. Mal kurz, kurze Irritation, da wurde auf der anderen Gruppe abgefiffen. Ihr seht, links kommen schon die ersten der anderen Gruppe rein, aber das Spiel auf Kleinfeld läuft noch. Und jetzt ist auch da abgefiffen. 2-1 Team Rot. So, die anderthalb Stunden sind rum. Wir haben es gestern schon angedeutet, hier wird fleißig trainiert. Dafür sind wir hier. Emre kommt, es scheint zu Ende zu sein. Ja, dreht wieder um, geht wieder Richtung Mannschaft. Trinkflaschen gibt es auf jeden Fall. So, die erste Mal. Genau. Eib, sie hat einen Punkt. Jetzt geht es wieder auf jeden Fall. Okay, was ich das? So, ist das? Das war ein Punkt. So, das war ein Punkt. Wir können noch nicht erkennen, ob es noch weitergeht oder ob es vielleicht nur noch eine finale Ansprache gibt. Da sehen wir, Shad geht nochmal mit Paris Brunner, wahrscheinlich eine kleine Extraeinheit. Das ist ja das Gute, wenn du so viele Daten erfasst, dann kannst du auch gucken, wen müssen wir vielleicht nochmal einzeln belasten. Den müssen wir nochmal ein bisschen über den Platz jagen. Und hier seht ihr, kriegt Alex Meyer gerade auf jeden Fall noch ein paar Abschlüsse. Niklas Füllkrug, jetzt nicht gesehen, aber gehört, gehalten. Und da seht ihr Paris Brunner, der jetzt noch ein paar Läufe absolviert. Und ich glaube, der Rest der Mannschaft geht Richtung Fans zum Autogrammeschneiben. Das ist dann wahrscheinlich für uns auch das Zeichen Nobby, dass wir nochmal gucken, wo unsere Kameraleute sind. Kamera ist, dass wir uns hier jetzt gleich abschieben. Da seht ihr, jetzt gibt es Fotos und Autogramme. Und komisch, dass bei Tobi und bei mir nichts los ist, keine Fans.